hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality auf der grünen felderland und sojabohnen müssen gar mal nach dem preis gucken auf geht's sojabohnen 435 das ist aber ein bisschen mau ich glaube dann bringe ich die lieber nach hause so wir müssen uns auf jeden fall diese woche mit dem win mal treffen ich glaube ich werde nachher zu ihnen zu besuch fahren damit mobile einfach gucken können was er so auf lage hat mein feld ist auch bald an der reif was er so auf lage hat an 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 fahrzeugen und allem möglichen weil wenn wir wirklich den großstil machen dass wir uns zusammenschließen dann müssen wir auf jeden fall den fuhrpark ein bisschen reduzieren gucken was wir doppelt haben damit war dann effizienter sind so ich werde jetzt das einfach ins silo kippen und dann den drescher holen und dann schauen wir mal ich muss auch noch die den anhänger holen vom händler und er hat mir glaube ich auch noch was gesagt dass das da auch noch nennen ich will sie mich jetzt veralbern ach moment was ist denn los hier dann kann ich meine sojabohnen nicht abkippen dann stelle ich den glaube ich mal einfach hier rein stelle ich den mal hier rein und wenn wieder platz ist dann füllen wir das ein so den hier nehmen wir jetzt mal und fahren damit zum händler damit wir das zeug wegkriegen und ich glaube ich könnte anschließend den wind vielleicht mal abholen dann könnte der den drescher nach hause fahren das wäre eine option dann hole ich ihn ab gehe ich ihn besuchen und bringe dann ihn zum feld dass er den drescher fährt und ich fahre das gespann nach hause ich bin am überlegen ob ich eigentlich brauche ich die frontleiter gabel überhaupt ich nehme sie mal mit dann müssen wir auch mal wieder nach den produktionen gucken aber alles zu seiner zeit und mein mein scorpion king steht hier glaube ich auch noch rum steht immer noch im wald ich komme zu nichts irgendwie aber vielleicht ändert sich das ja wenn der diesel mit mit an bord ist vielleicht können wir dann deutlich effizienter arbeiten also wir fahren jetzt den kleinen strautmann abholen und die paletten gabel die irgendwo auch noch rumliegen müsste ich kann mal noch ins tablet gucken was mein feld sagt jetzt noch einmal gedüngt das ist halt nicht ganz so praktisch vielleicht kriege ich es noch hin dass ich das düng aber dann muss ich das treffen mit dem diesel verschieben dann muss ich kurz zurück hier pflegebereifung drauf ziehen auf den shady und schnell machen mit dem düngen vielleicht reicht die zeit das wäre zumindest schön das wäre zumindest schön das war durch ein leck nicht durch feilende fahrkunst schon wieder alter das gibt es doch nicht also wo ist denn jetzt die paletten gabel die paletten gabel ah hier und mein anhänger da habe ich den schon den habe ich doch noch nicht geholt oder ich fahre mal rüber zu denen jo du neumann volker hier geh mal näher an dein handy ran ja moin hi ähm hatte ich den strautmann schon abgeholt nein soweit ich weiß steht er noch an mein hof auf mein hof bei dir am hof ich war nämlich gerade beim händler da stand er nicht rum da stand nur die paletten gabel jo gut dann komme ich gleich zu dir rüber okay dann bis gleich bis gleich danke tschö tschö ja 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 Gut, Palettengabel haben wir schon mal. Ah, hier. Hi. Hi. Jo, wo steht denn das gute Ding? Da hinten im Unterstand. Ah ja, ich seh ihn. Ich fahr rüber. Jo. Jo, noch ein bisschen. Jo, passt. Supi, danke dir. Portwende, äh, die zweite Port... Ja, hast du drauf. Die beiden Portwende sind drauf. Okay. Gut, ähm, hatte ich nicht letzte Woche noch irgendwas bei dir angefragt? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Äh, du, der Anhänger, der bei mir noch steht, der ist leer, gell? Ah, okay, dann... Kannst du irgendwann mal abholen. Hätte ich dran gedacht, hätte ich ihn dir mitgebracht, aber... Joa. Gut. Äh, bis denn mal. Joa, bis denn. Tschöö. Tschöö. Richtig Betrieb hier bei dem... Ich find's ein bisschen schade, dass er das LU aufgegeben hat. Ähm, wir fahren links rum. Wollt ja jetzt noch... Ach ne, ich wollt... Ah, Mist. Ich wollt ja schnell... Ist so schnell wie möglich zurück zu meinem Feld. Und da eventuell noch zu düngen. Das ist wichtiger wie jetzt, äh, mich mit dem Diesel zu treffen erstmal. Beim Metzger müsste ich auch unbedingt mal vorbeischauen. Aber mit welcher Zeit? Gut. So. Gut, liebe Leute. Also, morgen gucken wir, dass wir das Feld noch gedüngt bekommen. Das wäre optimal. Für heute bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein. 16 Uhr. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.